Die Verwaltung von Dr. Carters Reha-Zentrum Seltsam, dass sie angerufen haben, wenn man sich überlegt, was für eine üble Scheiße hier abgegangen ist. Manche sagen, dass man nachts die Schreie noch in der Stadt hören konnte. Ich glaube, wir sollten hier verschwinden. Es ist unglaublich. Wie kann das alles so lange verborgen geblieben sein? Für die, die kommen und nicht laufen können. Hier ist ein Zuhause für die, die keines haben. Ein Ort, an den Seelen gezerrt werden, um unter Nagelstichen und eiskalten Löwen zu sterben. Suchen wir Lucas und Rita und dann nichts wie weg hier. Ja. Simon! Hayley! Nein! Heilige Scheiße, was zur Hölle war das? Sieht aus wie eine Art Mutant. Ich finde, das sieht eher wie ein Kind aus. Heilige Scheiße, was zur Hölle war das? Heilige Scheiße!